Liebe Zuschauer, ein neuer Mittwoch, eine neue Folge DOZ News, herzlich willkommen. Bereits mehrfach haben wir hier in den News über das Wirrwarr um die Abschussgenehmigung für den Problemwolf in Bayern berichtet, welche nach erheblichen Protesten wieder ausgesetzt wurde. Gebracht hat dies dem Grauhund jedoch wenig, denn wie jetzt herauskam, war er vermutlich bereits tot, als die oberbayerische Regierung den Abschuss anordnete. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilt, sei der Wolfsrüde am 17. Januar in Osttschechien überfahren worden. Der letzte Nachweis in Bayern sei etwa 360 Kilometer vom Auffindeort entfernt. Und noch eine Wolfsmeldung. Der niedersächsische Staatsgerichtshof hat die Praxis der Landesregierung bestätigt, Landtagsabgeordneten bestimmte Details zu Ausnahmegenehmigungen für die Entnahme von Wölfen vorzuenthalten. Darunter fallen Informationen, die eine Identifizierung von Jägern, Tierhaltern und Behördenmitarbeitern ermöglichen würden. Niedersachsen-Umweltminister Olaf Lies betonte in einer Stellungnahme, dass es der Landesregierung um den Schutz der am Vollzug beteiligten Personen gehe. Morgen wird im Dortmunder Stadtrat über die Messe Jagd und Hund diskutiert. Grund dafür ist ein Entwurf der Dortmunder Grünen, die das Anbieten von Jagdreisen auf der Messe verbieten wollen. Jetzt hat die Namibia Professional Hunting Association einen offenen Brief an den Oberbürgermeister und Stadtrat geschrieben. Mit Sorge habe der Verband den Vorstoß der Grünen gegen Jagdreisen zur Kenntnis genommen. Solche Moratorien dürften nur nach vorheriger Konsultation von betroffenen Ländern und Regierungen ausgesprochen werden. Dies wäre hier jedoch nicht der Fall. Der Deutsche Tierschutzbund hat Strafanzeige gegen die Landräte des Landkreises Uckermark eingereicht. Hintergrund ist der seit Wochen andauernde Streit um den Schutz gegen die ASP eingerichteten Zaun im unteren Odertal. Durch den ASP-Schutzzaun sind in den letzten Wochen zahlreiche Wildtiere, die den Überflutungsbereich der Oder nicht verlassen konnten, ums Leben gekommen. Laut Tierschutzbund werde dennoch eine angemahnte Versetzung des Zauns in Teilbereichen des Nationalparks unteres Odertal seitens des Landkreises bisher nicht durchgeführt oder als notwendig erachtet. Dies erfülle den Tatbestand der Tierquälerei. Das zuständige Ministerium in Brandenburg will offenbar das Reviersystem aufgeben. Dies geht aus einem Entwurf für ein neues Landesjagdgesetz hervor. Hintergrund ist offenbar eine geplante Reduktion der Wildbestände. Dies sei primär zu erreichen, indem Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen ab einem Grundbesitz von 10 Hektar statt wie bisher 150 das Jagdausübungsrecht gewinnen und gegebenenfalls aus der Jagdgenossenschaft austreten können. Problem sei so der Entwurf, dass Jäger nicht die Ziele der Eigentümer teilten. Der Landesjagdverband Brandenburg läuft dagegen Sturm. Und damit sind wir am Ende dieser News angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil. Bis dahin, Weidmannsheil.